Grüß euch, ich bin die Katharina. Was ich mache, studiert habe ich Tiermedizin. Und jetzt arbeite ich als Kranisch-Sakral-Therapeutin, Doula und Stillberaterin. Und nebenbei bin ich Mama von zwei super dollen wilden Kerlen. Und mein drittes Business-Baby ist gerade im August auf die Welt gekommen. Barefoot Austria, ein Onlineshop für physiologisch korrekte Schuhe für Kinder und Erwachsene. Schaut vorbei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017